Willkommen zurück bei CitySkylines. Die Stadt boomt, der Nahverkehr fließt Gott sei Dank und wir müssten uns ein kleines bisschen ran halten, denn wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, soll ja Ende September das Addon rauskommen und damit würde ich dann auch am liebsten eine neue Stadt anfangen. Wir müssen mal schauen, wie wir das machen. Deswegen würde ich vorschlagen, ich mache einfach die Parts jetzt von der Minutenanzahl oder von der Länge einfach ein paar Minuten länger und dann kriegen wir das schon auf die Reihe. So, was hatten wir vor? Genau, ich hatte mir überlegt, wir machen jetzt hier oben einfach neue Industriegebiete, denn wir hatten ja, können wir eigentlich noch was kaufen? Ne, ok, reicht aber. Das, was ich möchte, da kommen wir ran. Und zwar, wo ist es denn? Hier, genau. Wir haben hier ein Ölvorkommen und weiter hier oben dann nochmal ein Erzvorkommen. Da machen wir hier einfach zwei neue Gebiete an Industrie. Einmal Öl, einmal Erz und hier weiter unten machen wir dann einfach eine schicke Stadt hin oder der nächste Bezirk sozusagen. Und dann müssen wir dann bloß irgendwo, wahrscheinlich hier unten, oder hier so in dem Bereich, dann auch ein bisschen Gewerbegebiet bauen. Ich sehe gerade, wir können ja dann hier vielleicht, vielleicht hier eine Brücke schlagen. Ok, gut, soviel zur Planung. Ich muss gerade mal drüber schauen. Ich habe jetzt nämlich nebenbei einfach mal eine neue Stadt für mich persönlich nochmal angefangen, weil ich so viel Bock jetzt wieder auf das Spiel hatte. Und da bin ich aber lange nicht so weit wie jetzt mit den 40.000 hier. Da fehlt noch ein bisschen. So, das haut alles hin. Strom ist genügend da. Wir haben schön viel Geld, sehe ich gerade. Müll. Tja, da können wir ruhig nochmal was bauen, würde ich vorschlagen. Denn hier unten, da fehlt es ein bisschen. Und genau aus dem Grund würde ich gerne hier was hinbauen. Aber das klappt gar nicht, sehe ich gerade. Verdammt. Gucken wir hier wenigstens. Ja. Gucken wir nicht. Nicht meine Mülldeponie passt hier irgendwo hin. Verdammt. Ah, das ist ja ärgerlich. Das ist ja ärgerlich. Obwohl. Ja, wir können ja hier. Wir brauchen auf jeden Fall mehr. Das habe ich jetzt bei meiner neuen Stadt gemacht. Da habe ich einfach viel davon gebaut. Und wir sollten auch nochmal drüber schauen, ob wir überall versorgt sind mit Gesundheit. Hier drüben zum Beispiel nicht. Aber ich glaube, die würden sich auch ganz wohl fühlen, wenn die hier auch so eine kleine Arztpraxis hätten. Das Problem ist nur, ich habe jetzt hier keinen Platz weiter frei. Deswegen nehme ich hier einfach mal einen Gebäude weg. Ist jetzt nicht so schlimm. So, hier auch nochmal eins. Und Feuerwehr. Auch da könnten wir ruhig ein bisschen mehr bauen. Ja, am besten mal so eine große Feuerwacht nochmal irgendwo hin. Hier sind schon zwei kleine. Oh, hier haben wir Platz, oder? Jawohl. Die passt hier hin. Super. Seht ihr das? Wie schön das dann auf einmal wird. Wenn wir noch eine bauen würden. Noch eine. Dann hätten wir es komplett gelöst. Oder? Wird es noch besser? Ne. Gut, können wir ja später nochmal drüber schauen. Polizei ist soweit erstmal okay. Oder? Doch, da kriegen wir auch eine hin. Und ist hier noch irgendwo ein Fleckchen frei hier oben? Ne. Der ist im Park. Ne, guck mal hier. Doch, die sind auch zufrieden. So. Ah genau, hier unten. Wie sieht es denn hier mit der Feuerwehr aus? Ganz erbärmlich. Ich baue einfach mal ganz frech hier nochmal zwei hin. Dann sind die nämlich auch erstmal äußerst zufrieden. Okay, dann können wir uns hier oben drum kümmern. Wir müssen jetzt nochmal grob schauen, wo die beiden Gebiete sind. Hier unten. Okay. Wo? Hier. Schade, ich dachte, ich kann die Ansicht beibehalten und einfach ein paar Bäume drauf klatschen, damit ich sehe, wo das da lang geht. Gut, merken wir es uns mal hier unten irgendwo lang. So irgendwie, ne? Oder? Ja. Das ist okay. Das können wir so lassen. Das werden wir eh nicht komplett alles direkt als Industrie ausweisen. Und dafür ist die Fläche viel zu groß. Das muss ja erstmal langsam dann angefüttert werden. Halt auch, dass wir Leute hinziehen. Ja, das ist ein bisschen schräg. Ja, ich denke mal, die Partlänge jetzt wird sich hier zwischen 25 und 30 Minuten jeweils einpendeln. Wie gesagt, ich möchte die Stadt eigentlich schon noch so weit wie es geht voranbringen bis zum Addon. Mit dem Addon dann halt, weil da wirklich vieles Neues dazu kommt einfach nochmal eine komplett neue Stadt anfangen. Ich habe mir schon mal ein paar Maps runtergeladen, schon mal angeschaut, die dafür in Frage kommen könnten. So, gut. Okay, das müsste dann, das war Öl. Ja, genau. Machen wir Öl draus. Wo ist es? Wo ist es? Dann machen wir dann natürlich auch hier Ölindustrie. Einen kleinen Bindestrich, damit ich es besser erkennen kann. Und dann hatten wir hier oben noch irgendwo Erd. Genau, das ist dann weiter hier in dem Bereich. So, einmal hier und dann ging das irgendwo hier hoch. Das war schon zu weit. Hier ist es wohl wieder sehr hügelig oder wie habe ich das jetzt gesehen? Ich muss nochmal schauen, ich raff das gerade nicht. So, jetzt aber. Okay. Dann müssen wir bloß mal gucken wegen dem Abtransportieren. Und ich denke mal, das läuft dann letztendlich über die Güterwarnhöfe hinaus. Das dürfte von hier nicht so ein Problem sein, da eine Anbindung zu schaffen. Und ich zeige euch auf jeden Fall mal, wenn ich zufrieden bin mit meiner Stadt, die ich gerade nochmal nebenbei baue. Auch da nochmal einen Einblick irgendwann. Das ist wie mit einer neuen Freundin. Man wartet ja erstmal ab, bevor die vorgestellt wird. So, machen wir das auch mit der Stadt. Na ja, nicht schön, aber sehr, sehr selten dafür. So, wie sieht es denn hier brückenmäßig aus? Absolut hervorragend. Und kriegen wir das? Da können wir doch mal so eine fette, geile Brücke spannen. Ob wir die jetzt brauchen oder nicht, sei mal dahingestellt. Wir haben sie erstmal. So. Okay. Auf jeden Fall erstmal eine Verbindung geschaffen. Ob die notwendig ist. Derzeit auf keinen Fall. Aber es kommt bestimmt noch. Und dann würde ich sagen. Machen wir auch hier nochmal. Ziehe ich jetzt erstmal eine Straße rein. Wo wir dann auch hier. Gott, das ist ja. Alles ganz krumm, oder? Ja, geht. Wo wir dann hier auch nochmal. Müllentsorgung machen. So. Schon mal ein paar Wege. Ja, und der Rest hier unten. Das wird dann halt Wohngebiet. So. Wir brauchen erstmal. Eine Wasserzuleitung. Heißt das so? Eine Wasserleitung. Ein Zufluss. Irgendwie so. Oh Gott. Ich könnte es auch eigentlich direkt so durchziehen, weil... ...das früher oder später eh alles... ...da hinten auch noch zugebaut wird. ...dammt. Schräg gekommen. Ach, wie mich sowas ärgert. Das ist egal. Das kostet jetzt nicht so viel Geld. Da können wir ruhig ein kleines bisschen verschwenderisch sein. So, da klären wir erstmal das komplette Gebiet ab. Ich finde es nach wie vor noch sehr, sehr geil auf der Karte hier zu spielen. Aber die nächste Stadt, die wir dann erstellen, das wird wieder eine normalere Karte. Also, sagen wir es mal so. Ich habe mich da noch lange nicht festgelegt. Ich muss überhaupt erstmal schauen, was da noch funktionsfähig ist, wenn das Addon rauskommt. Da fällt ja dann eventuell die eine oder andere Mod sowieso weg. Erstmal abwarten. So, das, 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 das. Das ist doch ganz schön groß geworden, die beiden Industriegebiete. Ja, und dann schlängeln wir uns hier noch so ein bisschen durch. So ein bisschen Abstand hätte ich trotzdem gern. Zu den beiden Industriegebieten. So viel Einwohner passen da gar nicht hin. Na gut. Nutzen wir halt das aus, was wir hier zur Verfügung haben. Aber dann kriegen wir schon irgendwas Gescheites auf die Reihe. Naja, dann halt so. Ja, komm, okay, das müsste doch reichen, ne. Dann machen wir hier drüben einfach noch ein paar Verbindungen, klar. Okay, dann kommen die erstmal gut auf Arbeit. Zwei neue Gebiete müssen nochmal her. Das wäre Erz, genau. Und dann nochmal ganz normal für das Wohngebiet. Das Ton, 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 Viertel. Und was haben wir hier? Erzindustrie. E, Erzindustrie? Nee. Okay. Das ist ja witzig. Das funktioniert sogar erstaunlich gut hier drüben. Oh, kann ich hier einen Tunnel durch? Durch den Fels zimmern? Jawohl. Haha, cool. Ja, okay. Hier drüben sieht es ein bisschen eigenartig aus. Von hier geht's. Schade, dass man da nicht durchschauen kann. Dass es halt immer schwarz ist. Na ja, gut. Oh, verdammt. Ah, Gewerbe. Doch vielleicht da unten hin? Ich, ja doch. Ich würde denken, das können wir machen. Da machen wir halt Gewerbe hier unten. Das passt jetzt da oben nun wirklich nicht mehr hin. Das ist aber auch genau in dem Moment, wenn man klicken will, nochmal verrutscht. Und einmal noch. Oh, so ist okay. Gut, auch da nochmal eine schicke Verbindung. Klappt das? Okay, eine Zufahrt ist deutlich zu wenig. Ach genau, hier drüben haben wir auch noch den Müllplatz. Den könnten wir vielleicht, wenn das Spiel großzügig ist. Hier noch irgendwie mit integrieren. Oder hier einfach so eine. Oh, das ist super. Na ja. Da könnten wir hier dann auch noch so ein paar Müllplätze bauen. Das geht jetzt auf einmal. Oh, das geht jetzt auf einmal. Okay, na mal hin. Okay. 1, 2, 3 Zufahrten. Ja. Reicht erst mal. So. Was brauchen wir noch? Wasser hier unten. Wichtig. Sehr gut gelöst. Hier auf das Klär-Ecke kann auch nochmal ein bisschen was. Habe ich noch Platz? Ja, da unten würde was hinpassen, aber ich möchte das da nicht hin machen. Da passt noch eins hoch. Hier drüben nicht weiter. Na, wir haben ja noch ein bisschen Platz. Ist ja noch. Müssen wir jetzt nicht dringend machen. Können ja, weiß ich nicht, vielleicht hier drüben oder so oder hier, wenn wir das Stückchen Land noch erwerben können. Da nochmal so ein paar Abflussrohre bauen. Das ist dann Gewerbe 4, oder? Das hier vorne müsste Gewerbe 3 sein. Gewerbegebiet 3, genau. Das läuft soweit. Ich bin relativ zufrieden. Hier unten mit dem Gewerbegebiet 2, Industriegebiet 2 und der Rest. Und das hier oben. Ja, das läuft im Großen und Ganzen eigentlich auch ganz gut. So wie die kleine schicke erste Stadt. Das Vorostviertel, genau. Ja, da könnten wir loslegen. Wollen wir? Gut. Strom. Ganz wichtig. Ach komm, so ein kleiner reicht. Kleine Würfel hier, da kann das alles versogen. Ich fange mal hier oben an. Wird jetzt erstmal nichts kommen. Okay. Industrie. Da oben, das machen wir dann. Und Gewerbe. Hier müssen wir aber auf jeden Fall Strom zuvor bauen. Wohl. Wir können ja auch hier unten so ein Ding einfach reinsetzen. Irgendwo. Da unten sind. Genau. Okay, doch. Es verteilt sich. Hier kommt noch nichts. Wird aber noch. Brauchen natürlich hier oben dann auch alles. Aber ich warte erst mal, bis sich da ein bisschen was gebildet hat. Hier können wir ruhig schon mal. So eine kleine Feuerwache bauen. So, hier so rein. Da wird es auch mit dem Strom verbunden hier unten. Und Müll bekommen die auch. Gesundheit. Reicht das für Strom? Ja. Ah ja, guck mal. Ja, jetzt geht es los. Einer wohnt hier. Sehr gut. Erste Ölindustrie entsteht. Ja wunderbar. 42.000. Und wir können alle anderen Bereiche jetzt kaufen. Super. Machen wir direkt. Oh, das geht aber weit nach vorn. Na, guck mal eine an. Haben wir so viel Geld? Ja, anderthalb Millionen haben wir noch. Das besitzen wir? Ach, das ist da oben noch. Genau. So. Und schon haben wir das gesamte gelobte Land in Besitz. Ja, da können wir doch noch schön was zusammenbauen. Ja, von oben sieht es schon ganz geil aus, oder? Wie wir hier so in die Bucht reingezogen sind. Nice. Gefällt mir sehr gut. Und da können wir dann auch hier drüben mehr bauen. Okay. Jetzt hätten wir natürlich auch das Gewerbegebiet hier drüben bauen können. Aber es ist vielleicht gar nicht so doof, dass wir unten mit so haben. Aber ich denke auch irgendwann wird hier oben das so ein bisschen knapp. Ich mach das mal so. Am liebsten noch zwei von denen. Die baue ich eigentlich echt sehr, sehr gerne. Ah, genau. Da können wir direkt nochmal wegen Wasser gucken. Da haben wir ja jetzt hier drüben auch wieder Platz hier unten. Müssen wir bloß eine Stromleitung hinlegen. Oder? Wieso ein Teilbau? Reicht das? 20 Megawatt höchstens. Ja. Für alle? Ja, das reicht sogar. Super. Wunderbar. Da geht es wieder los. Da kommt die ganze Gülle raus. Alles sieht so cool aus. Also von der, ja keine Ahnung, Grafik, Animation her, gefällt mir das ausgesprochen gut. So, okay. Hier oben fehlt natürlich einiges. Als erstes so ein paar Parkplätze. Damit die Industrieleute sich gut fühlen. So. Wunderbar. Und dann noch so kleine Spielplätze. Für die Leute aus dem Viertel. So. Eine Schule können wir bauen. Wir brauchen ein Polizeihauptquartier. Baue ich auch mal ein großes hier hin. Genauso. Feuerwehr. Können wir ruhig ein bisschen weiter hier oben bauen. Dann Gesundheit. Auch da ein großes fettes Krankenhaus. Hier in die Mitte gezimmert. Friedhof können wir nochmal bauen. Und Krematorium können wir später nochmal machen. Gut, den Rest haben wir Müll. Könnten wir hier oben schon machen. Hier soll dann ja ein bisschen was rein. Kriege ich ja eigentlich zwei daneben. Nö, aber so geht das. Das ist immer gut, wenn für gute, viele Müllentsorgung gesorgt ist. Oder für viele Müllplätze. Lieber zu viel als zu wenig. Okay. Gut. So. Dann machen wir ja sogar ein bisschen Strom, nicht wahr? Okay, noch nicht. Also, die funktionieren noch nicht. Die sind noch schwarz unterlegt hier. Die beiden zumindest. Weil halt noch kein Müll da ist. Jawohl. Die hier auch kein. Die hier produzieren 4 Megawatt. Okay, das ist jetzt auch nicht so die Masse. Aber, wir können ja. Wir machen erstmal die hier unten voll, würde ich sagen. Aber, ein bisschen Gewerbegebiet. Das können wir uns ruhig noch leisten. So. Weil diese kleinen Parkplätze dran. Die sind echt super. Die nehmen nicht viel Platz weg. Bringen aber unwahrscheinlich viel. Cool. Klappt. Wie viele Einwohner haben wir denn? 42,7. Kam da noch was dazu? Oh ja, natürlich. Natürlich. Hier. Unser Flughafen. Da ist einiges dazu gekommen. Ach nee, Quatsch. Den konnten wir ja schon bauen. Fällt mir gerade ein. Wir hatten mal probiert, den hier irgendwo hinzubauen. Das hat aber vorne und hinten nicht. Funktioniert. Aber so ein Güterbahnhof können wir hier eigentlich mal bauen. Das ist der normale. Okay. Passt der ja hin? Will ich den da hinbauen oder soll ich? Ach schade, das geht doch. Könnte ich direkt hier ran bauen. Und dann eine Verbindung nach und hinten. Oder könnten wir später vielleicht hier sogar noch einen zweiten machen, wenn denn die Erzindustrie auch dicke dabei ist. Oder halt direkt hier unten irgendwo hin, wenn das funktioniert. Das ist vielleicht ein bisschen besser, oder? Da gibt es noch Wasser, aber kein Strom. Und wir können auch, das fällt mir gerade ein, hier ruhig mal so ein paar Verbindungen noch halten. Das wollte ich überhaupt nicht, sondern eine geschwungene Straße. Nicht ganz so geschwungen. So, okay. Ein bisschen Strom bekommst du auch. So, und dann können wir das direkt mal machen. Ein paar Bahngleise ruhig noch verlegen. Nach da drüben. Schade, so geht es nicht. Ach so, so geht es. Boah, komme ich da überhaupt irgendwie ran? Ja, super. Das ist natürlich klasse. Vielleicht klappt es ja sogar, dass die halt wirklich hierher gefahren kommen. Oder aber... Okay, vielleicht hätten wir es auch anders verbinden können. Wir haben doch hier unterirdisch, sehe ich gerade noch was. Ach so, die kommt hier an die Bahn. Kommt jetzt gleich hier raus. 80% voll. Nice. Okay, dann schauen wir mal. Vielleicht kommt ja hier ein Zug angerauscht. Der uns hier beliefert. Obwohl, das könnten wir vielleicht wirklich einfach mal machen. Wo muss ich da jetzt hin? Nein. Okay, das funktioniert. Was ist jetzt los? Warum stoppt die Bahn hier? Achso, hat die gewartet? Nee. Achso, die will da runter. Kann sie doch aber eigentlich. Oder hat die jetzt gerade, weil ich hier gebaut habe. Die stoppt, die fährt nicht weiter. Jetzt ist sie verschwunden. Die andere auch. Jetzt kommt wieder eine. Stoppen die dort immer? Nö. Lagt bestimmt an mir, weil ich da gerade gebaut habe, oder? Guck mal, die stoppt dort auch wieder. Das ist ja komisch. Huh. Ich baue das mal ein bisschen um. Huch. Ist der Zug weggegangen. Halt. Wie sieht es denn mit Nahverkehr aus? 3.700? Sehr schön. Geldtechnisch machen wir sogar ein kleines bisschen durch die U-Bahn. Noch Gewinn. Okay. Dann bin ich ja mal gespannt, ob da jemand langfährt. Von den Güterzügen. Da oben fährt eine Bahn, oder ist es die Linienbahn, die hier immer hält? Ja. Das ist die Personenbahn. Jetzt kommt hier gar kein Zug mehr lang. Naja. Gut. Vielleicht kommt auch hier keiner entlang, weil einfach noch nichts hergeliefert wird. Aber ich glaube, doch, die fahren hier rein. Ja, da achten wir mal drauf. Vielleicht funktioniert die Sache und da kommt dann doch der ein oder andere Mal. Aber guck mal, die fahren hier alle in das. Oh. Hier ist ja was los. Von allen das Gewerbegebiet hier runter. So. Reicht. Und die kommen alle von hier, oder was? Kommen viele von dort unten. Die könnten ja auch eigentlich hier einkaufen gehen, aber anscheinend ist denen das nicht genug. Und hier oben wird es langsam voll. So viel Platz ist da nicht mehr bei den Tübchen. Gut, okay. Würde ich sagen, ja. 33 Minuten rum. Reicht für heute. Ich denke mal, die Länge ist jetzt okay von den Parts her. Wie gesagt, wir wollen ja noch ein bisschen was schaffen. Wir haben noch viel Platz. Ich weiß noch gar nicht genau, was wir da noch alles bauen können, aber uns wird schon noch was einfallen. Da unten staut sich ein bisschen der Müll. Das ist aber normal. Die sind am weitesten weg von den ganzen Abholdiensten. Okay. Gut. Das wird sich noch regulieren. Wunderschön. Dann war es das von mir erstmal wieder für heute. Und bedanke mich für das Zusehen. Schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.